Filet Chicks und Messen gehen Herzlich Willkommen Wir wollen heute ein bisschen zünden gehen, für mich zum Herzanfang Aber ich glaube das wird es. Schaut euch das mal an was hier sich zusammenbraut Aber wir werden mal gucken ob wir das beste draus machen Filet, bis gleich, euer Hork, er ist gerade auf dem Weg, meine Frau ist die gierigste von allen, wie gesagt, wollen jetzt mal ein bisschen was hingehen, heute ist ein bisschen gepackt hier, schönes Highly Skillpack, ja, die Kinder sind schon vorgegangen, wie immer, naja, mal gucken, wie das so abgeht, das Wetter spielt nicht so richtig mit, so richtig bewölkt draußen, windig, aber wir gucken mal, was das so bringt hier, ist halt Herbst, Filet, gucken wir mal, schön sexy hier, richtig schön grau da oben, wie ihr seht, ey, und, seid ihr schon gierig ihr Bein, ja, du auch, ja, aber du auch, ja, okay, ich glaube das fängt an zu pissen, guck mal, ist egal, wir kriegen das hin, Filet, du willst einen Knallherzutanz machen, na dann machen wir nochmal einen, so geht das, ist das geil, Mama ist das geil, oh, das knallt aber, war Flori, Flori? guck mal, knallt das, zeig, ei, 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 ich auch nicht, soll ich, soll die Knallerbsentanz-Vorzeugen, hast du nochmal hier, da in das Tütchen drin, da sind die anderen Quäcker, blaue, ja, die sind gut portioniert, ja, super, hier zeige ich euch nochmal, die die Ghostcrackers von Niko, das sind richtig eigenartig, das sind keine Knallerbsen, sondern das sind einfach sonnige Stäbchen, ne, total geil, na mal gucken, auf jeden Fall sind die ganz schön laut, so, machst du mir mal so einen schönen Haufen, hier, hier vorne fertig, hier so, hier, ich will auch mal einen Knallerbsentanz machen, Filet, da sind die Dinger hier, schon krass, ne, wie das so aussieht, oh, du hast die ja alle weggekippt, und jetzt sehe ich, Neuern, geh mir weg, schnell, bevor es brennt, komm mal weg, los, trau dich, keine Angst, ja, trau dich, die beißen nicht, die Erbsen, die beißen nicht, die Erbsen, Mama, ich hab nichts mehr, meine Taschen sind leer, ich wurde aufgeraucht, ja, die sind schon richtig aufgeregt, auf der schönen Zeit, was du, was du, Mama, alle, Tatsache, hast du alles schon weggeknallt, was musst du, ne, ist doch schön, ja, sie macht sich auch schon ne Mische fertig, ja, oh, geht nicht, ja, irgendwie fängt das an zu regnen, aber ist egal, kriegen wir schon hin, irgendwie, Filet, Liedchen, macht das Spaß? Ja. Warum? Nein, das spart man. Florie, und du? Da musst du auch ein Tänzchen machen, ein Knallerbsentanz. Mama, ich hab keinen mehr. Ja, die Kitty ist unterwegs, ne, wollen so richtig schön sexy Knallerbsen machen, für die ist es die Knallerbsentour, aber ist doch schön, mich freut's auf jeden Fall, richtig geil. Knallerbsentanz. Zeig. Ich muss erst ein bisschen mehr rausnehmen. das war der Knallerbsentanz. Das war der Knallerbsentanz. Guck mal, da sind doch noch welche. Das war der Knallerbsentanz. Ja, das ist ein Knallerbsentanz. Ja, das ist ein Knallerbsentanz. Das ist der Gierigste, der wühlt immer rum hier. Ja, macht mal weiter einen Bonbonknaller. Florian, aber den Müll hier im Beutel schmeißen. Florian, hier. hat schon. Guck mal, das sind schöne alte Dinger vom Keller. Ja. Und. Eieieiei. Was ist da drin? Weiß ich nicht. Sag mal her. Hast du auch den Text rausgeholt? Ach ne, der ist ja da mit drin. Ein Telefon. Ein Telefon. Zeig mal. Oh ja. Und was steht hier drauf? Wir lesen mal. Lieber was Appetitliches zum Nachtisch als was Ungenießbares im Bett. Ja? Ist nicht schlecht. Und Florian, was hast du da Schönes? Schau mal. Oh, das sieht aus wie ein Helm. Was steht da drauf? Zeig mal. Besser heimlich schlau als unheimlich blöd. Ja. Ja. Florian, den musst du noch auseinander ziehen hier, ne? Ein Pferd. Ach, hast du schon. Guck mal, ich hab ein pinkes Pferd. Hast du ein Pferdchen gekriegt? Und darüber freust du dich? Was steht da? Oh, hast du wieder einen Käfer gefunden? Ja. Na Florian, einen Bonbon kannst du noch machen. Ja, ein Knallbonbon hast du doch noch. Was steht da drauf? Meine sieben Hobbys. Sex und Saufen. Ja. Das ist schon plockig. Nimm deinen anderen Knallbonbon. Guck mal, da hast du noch einen Knallbonbon. Papa, wo ist die andere eine Packung? Papa? Welche andere Packung denn? Knallbonbons? Aber die knallen nicht mehr so, ne? Ne, hier unten nicht so anscheinend. Papa, ich... Hol doch raus das Tütchen. Das ist mein. Ja, da kannst du noch einen machen und Florian noch einen, ja? Ein Telefon! Ein Telefon? Hast du jetzt auch ein Telefon? Dann könnt ihr euch ja gegenseitig anrufen. Ja. Dann verlangt ihr Alfonso Braschka de Ming. Ui! Noch mal besser. Ja, die sind halt zu alt schon, ne? Die sind ja wirklich aspach alt, die Teile. Deswegen haben die nicht mehr so einen Sound. Zieh, Digga, zieh, zieh, zieh! Oh, jetzt musst du noch mal an der Strippe ziehen. Hier, der Spruch ist gut. Männer sind meistens größer als Frauen, weil Unkraut stets die Blumen verdeckt. Ach so. Dann weiß ich gleich mal Bescheid. Da, den musst du noch knallen. Florian, hier. Komm, wir ziehen beide, los. Eine Burg! Ich hab eine noch! Eine Burg! Eine Burg hast du? Na toll! Wo ist das Telefon? Siehste, das sind die Bommiknallers. Aber da habt ihr jetzt noch ganz viele Ghostcrackers drin. Die könnt ihr auch noch verballern, ja? Was steht hier? Das kann ich dir sagen. Ja, besser heimlich schlau als unheimlich blöd. Ja, den kennen wir schon. So, die Mama, die macht fertig. Kannst du hier denn? Ein neuer Telefon! Halt du ein Telefon? Na schön! Prima! So, Papa macht auch mal was Schönes. Papa macht einen kleinen Versovulkan vom Keller. Ja, gehen wir mal hier runter. Guckt euch mal an, schön herbstlich, ne? Oh, ist das geil! Oh, ist das schön! Filet, Filet! So! Hoppala! Kinder, guckt mal! Der geht gut ab! Filet! Eierfrei! Ja, das war der Versovulkan vom Keller. Einmal frei. Es regnet jetzt langsam hier. Mal gucken, wie lange wir noch machen können. Ansonsten geht's ein anderes Mal weiter. Sind das die Stäbchen? Ja! Oh, hier duftet was lecker! Mhm! Immer gut, ne? Oh, einen hab ich da nicht. Ja, die hat man mal schon einmal fallen lassen. Wie cool, davon waren die meisten schon kaputt. Ist die Tüte runtergefallen? Oh, schön ist halt die Skill-Paket. Ah, lecker! Papa! Ja? Ach, Schüterchen, weißt du? Das regnet jetzt. Die Kamera hole ich gleich auf. Setz mal lieber deine Kapuze auf, ja? Filet! Kinder, wollen wir nochmal runtergehen? Da unten nochmal ein bisschen was finden? Ja, ich hole auch meine Kamera raus. Den wollen wir zünden? Mhm. Na gut, dann machen wir das. Ich hole auch meine Kamera raus. Schaut mal, die Lütte Pyro, Celina. Die hat auch schon eine Action-Cam. Damit geht das rund, ne? Oder was? Mhm. Kommt sie weg. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin holl. Warte mal, Ken, Ken, Ken ein Gedicht. Dann musst du das mal Mama erzählen. Mama, es ist ein Gedicht. Alle Kinder sind jetzt heiß. Doch zwei Kinder bleiben da. Was du bist, du bist jetzt schneller. Das ist gut, Lidje. Die können ja kaum warten hier alle. Hier ist was los. Na? Alle Kinder sind jetzt heiß. Doch zwei Kinder bleiben da. Innen, 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 innen. Ach so? Kannst du meine Kamera raus holen? Hol doch deine Kamera raus. Papa, hier gibt es einen Apfelbaum. Drei davon. Aber guck mal, was hier drin ist. Ja, Sophie? Oh, guck mal, da sind kleine Ufos drin. Wollen wir die mal zünden? Wollen wir da denn von gleich zwei machen? Doch. Und nicht mehr mit und eine. Ich will keine. Guck mal, ist das hier nicht eine schöne Gegend, wo wir hier hausen? Alles grün. Alles grün sexy. Papa, ich hab gerade Flur gemacht. Ja? So, soll der Papa mal einen machen? Ja. Wo sind die denn jetzt hin? Ach, guckt euch das an. Der Lütte hat die schon. Flori, erst wenn du zwölf bist, ja? Oder dreißig. Erst Kamera kommen und jetzt... Flori, komm mal bitte zwei Schritte zurück. Hör mal weg. Schön, ne? Was? Ja, der ging leider nicht weiter hier. Dann hol mal noch die anderen Beine her, Flori. Du bist doch gierig, denke ich. Hier, guck mal da, diese Beine. Na, Papa, bist du voll auf Halloween-Trips? Ja. Ja. Na komm her damit, Cheetah. Legen wir hier hin, ja? Das, was du dort in dem Bildschirm siehst, das ist das, was du auf der Kamera siehst. Ja, Celina. Lass dir das sagen von Mama. Flori. Legen wir immer hin, ja? Willst du Führer, Flori? Alle, alle. Papa. Mit Puffeffekt, ja. War der gut? Die sind aufgesprungen. Gerade bei Krankheit. Das ist auch nicht schlecht, ne? Das stimmt. Dann leg hin. Papa. Nicht, nicht auspacken. Papa. Das darf man nicht auspacken, Cheetah. Papa. Komm weg. So. Kriegen wir das hin? Was ist denn das, Papa? Das wird jetzt ganz doll knallen. Ah! das war müll entsorgen sehr schön mehr nicht so schön und dieser duft die leute herrlich viele florie florie viele zähler filet mal viele jetzt noch ein paar schöne brummer aus dem lässt sich heißen skill paket das machen wir zusammenbauen hier hier schlicks hier da noch ein hin so passt auf kinder guckt mal gut schön sehen wir gibt es noch mal einen satten haufen hier reicht das noch mal noch mal sehr schön das räuchert schön hier und das duftet leute wenn du was hier riechen willst dann musst du was zöhnen Mama macht jetzt ich sag auf endlich ich ruft noch komm weg meine frau wird jetzt aufbauen seht ihr ja da sind aber noch zwei komm mal weg da florie komm mal weg da nicht so dicht dran der dreht sich nicht der hat sich festgefahren nicht mit der schlitter nicht mit der schlitter weiter weg weiter weg schnell weiter weg geiler sound geiler sound geiler sound oh ja falls ihr mal eine empfehlung haben wollt ne klaseck hat welche rausgebracht die heißen Tazmania die haben richtig schön mit quackling richtig lauf das quackling gibt es bei röder kleiner tipp große pack 10 euro richtig geile teile filet so leute jetzt mal zum finale und zum ende dieser kleinen cut 1 tour mal was richtig schnelles paar knallstripes von leslie filet so und ab gehts ja du darfst das war's leute bis zum nächsten mal euer the hawk fireworks mit family filet 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 Untertitelung des ZDF, 2020